Affäre mit Peter, Yvonne Wölke sich gegen Gerüchte Yvonne Wölke, 41, hat die Nase gestrichen voll. Es liegen turbulente Wochen hinter der Schauspielerin. Die Blondine war als Dschungelbegleitung nach Australien gereist, um ihre Freundin Jamila Robe, 55, zu unterstützen. Doch nach einigen Tagen wurde Yvonne Iris Klein eine Affäre mit ihrem Mann angedichtet, sowohl Peter Klein als auch die Beschuldigte bestreiten das seitdem vehement. Jetzt setzt sich Yvonne erneut zur Weha. Weha Instagram Story meldete sie sich bei ihren Fans zu Wort und nutzte die Zeit im Flugzeug, um sich bei ihrer Community und bei ihrer Freundin Jamila für die Unterstützung zu bedanken. Anschließend berichtete Yvonne, das, was gerade abgeht, das ist nicht mehr schön. Man wird angegriffen von Personen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was hier draußen passiert ist. Die 41-Jährige sei fassungslos über die Reaktionen, das macht mich unheimlich traurig. Dass die Leute so aggressiv sind, dass die sich auf einen stürzen. Ich kann's wirklich gar nicht glauben. Anführungszeichen. Nathalie Gaus, Cosimo Cipciolos, 41, Freundin, wollte der Sache ebenfalls auf den Grund gehen und sich mit Yvonne unterhalten. Doch die beiden Frauen sollen von dem 41-Jährigen unterbrochen worden sein, wie die Berlinerin behauptete, Cosimo hat die ganze Zeit gesagt, rede nicht mit ihr. So richtig abwertend, ich würde eine Beziehung zerstören. Anführungszeichen. Musik. 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 Musik.